Oh, ich hatte mehr Schweinchen. Und, äh, ja. Hilfe mit, warte mal. Ich finde die Minecraft-Ges ja vollkommen okay, aber ich finde das auch... Ich weiß, was die denken, ich bin da kurz, ich bin voll viel... Ja! Ja, das ist das Problem bei den Minecraft-Ges. Ja, ich hab hier voll die... Ich hab meines 15 Abonnenten jetzt. Ich bin voll der Brau, Alter. Die zwei Aufrufe auf meinen Channel, Alter. Die sind mega geil. Und mir ist es scheißegal. Ich hab jetzt in letzter Zeit nur einen Aufruf, äh, missgestochen. Ich hab in letzter Zeit nur einen Aufruf, äh, bei mir auf den Channel. Und mir ist es um ehrlich zu sein... Ja. Kommt halt eben mit der Zeit. Das ist vielleicht nicht... Bei vier nicht wahr, Braumi. Yoga-Player ist es schon... Bei denen, die man hat... Bei denen, die auffallen, schon. Ah, jetzt gehen wir auf altbegehrte Erbsentechnologie zurück. Und fucken die alle ab. Da fucken wir nicht lange, ne? Nur viel. Das ist auch nice. Ah, das ist auch die Monster-Denken, Hilfe, warum hier? Ich habe sechs Stunden. Der Vater heißt Cappuccino, der Mutter Oreo, der älteste Tochter Cupcake, der erste Sons Simp, der Sons Two-Face und der Trissung, so Batman. Also, das ist ja keine Namen für deine Märschweinchen, im Ernst. Im August, Alter. Ich habe vergessen, eine Kartoffelmine mitzunehmen. Nein, bevor ich noch... Nja, gepackt. Ja, das schaffe ich irgendwie nicht. Irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie schaffe ich das nicht. Da, da, da. Der wird wohl da durchfressen. Oh, da lacht ich auf Doom ab. Also, ich will arbeiten. Der erste Wurf hat am Halloween Geburtstag, lol. Ja, kommt gut. Two-Face, Batman, alles. Ja, ich bin hier rausgeklickt. Nud problemer, nehm. Mhm. Mhm, 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 mhm. Ähm. Oh, jetzt. Die Aufstellung hier gerade sind scheiße. Ich glaube, wenn man nur bei Kekse sind. Also ich persönlich mag Insekten gar nicht. Ich bin so... Na, auf jeden Fall habe ich heute gestreakt. Eine Stunde war nichts los. Ja, ich kann es schlecht sagen. Ich kann es aber schlecht beschreiben. Man muss halt eben auch irgendwie interessant sein. Irgendwie gut rüberkommen. Das wirst du vielleicht mal merken, wenn du irgendwann mal in geräumer Zeit streamst. Und das merkt man einfach mal gut ankommen oder nicht. Das sagen einem die Leute dann auch. Und wenn nicht, dann halt eben nicht. Okay, ich verkacke gerade richtig. Auf jeden Fall habe ich heute gestreakt. Ja. Ich habe es auch gesagt, ne? So ekelehaft. Warte, 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 warte. Stehenbleiben. Nein, 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 nein. Böse, 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 böse. Boses Haunanlage, Boses Haunanlage, Boses Haunanlage, Boses Haunanlage, Boses Haunanlage. Na toll, wir haben es geschafft. Ja, aber nur ein Tauchung, wie was. Zombies, haben dein Gehirn gehört. Haben dein Gehirn gehört. Die haben es gehört. Nochmal. Ich habe nicht vergessen, die Kartoffelmine einzupacken. So, nochmal. Dat. Dat, dat. Dat, dat. Dat. Dat und dat. Ditte, ditte. Fahrradtitte. Und ich frage mich, warum ich eigentlich vier Follower habe. Da tut mir explosion bomb. Gehirn, gehirn. Boah, ich habe jetzt... Boah, ich habe jetzt... Boah, ich habe jetzt... Ja, genau. Ja, genau. Da, la, la. Na, la, 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 la. Da, da, dam, 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 da, ram. Mh, 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 mh. Ich glaube, das soll schon nicht mehr. La, la, la Weil wir vermüde Ich mag euch Yay Er mag uns Jetzt müssen wir dein Blut nur noch kriegen Ne Ich kenne so viele Leute, die einfach Lucario als Lieblingspottmann haben Nur weil das irgendwie stark ist Und irgendeine Bälle schießen kann Und was weiß ich Und, und, und ein Lucario ist Was, was hieß denn damit? Bleah Ist doch ekelhaft, hässlich Nein Vielleicht wegen der Hochzeit Wie der Hochzeit, egal Ich frag da einfach nicht mehr Oh, oh, mein Handy ist Ah, mein Handy ist doch am Leben Na, hier Oh, äh, den hab ich übersehen Aus irgendeinem Gründen Hä, was? Äh Hier, stirb Ach, kommt schon Das ist gemein So, jetzt ist er tot Wie darf man sich das im Bild vorstellen? Der rennt da hin Und, und stellt da Sachen hin Und rennt wieder weg Und stellt schon wieder Sachen hin Und, oder was? Verdammt Verdammt, verdammt Boah, Alter Lol Ich mag Glumanda nur wegen meinem Bruder Eigentlich mag Glumanda einfach mehr Yeah, Glumanda Dieses hässliche Glatzkopf Drachending, was Feuer spuckt Und, äh, kleine Viecher frisst Oder irgendwas anderes macht Naja, okay Gut, man ist auch süß So, ich hab mich mit Insektenspray bewaffelt Geil, ist besser, du blödes Blätterhalter Machiolo Wer macht blöde Lokale, wenn man höhere Jolos hat Ich mag eigentlich die ganze Pflanzen-Pogmon Ich mag eigentlich die ganze Pflanzen-Pogmon Und, äh, what noch ever Ja, warum denn nicht? Geil, 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 geil Nein, alter Böse. Alter, was sollte das? So. So, 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 so. So. So, so. Heutzutage, also mit neuen Versionen, kann man sich einfach die ganzen Sonderbonbons kaufen. Also mit irgendwie Minispielen oder Tourette-Syndrom, nein. So, 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 so. So, 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 então, so, 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 so. Nö. Massive Mauna, die nicht überschwungen werden kann. War es noch da? Ah, jetzt kommt noch eine Runde. Ich brauch das. Und... Ich bleib bei denen. Ich habe einen Schein-Pike gehabt. Pikachu, Mio, Silvie, Zigarre, Darkrai und die Rachi auf der Wunde. Ja, ich bin da. Äh, Avows, was hältst du denn von Pokémon, ne? Wow, Waddersolo, wow, Kappa, bestes Pokémon, muss auf jeden Fall versuchen wir zu bringen, ja. Also mein, äh... Verdammt. Meine Pokémon müssen immer irgendwas bringen. Also die müssen irgendwie... Ähm... Wie heißt das? Die müssen irgendwie Surfer können oder fliegen oder so. Und die müssen die V-M-Sahne beherrschen können. Oder mein, ich benutze einfach einen, äh, V-M-Pokémon. Ich spiele kein Pokémon. Ah, jo, wahrscheinlich, äh, was? Wir müssen ihn auf der Mistgabel ausspießen. Er spielt kein Pokémon. Außer seinem Haus. Nein, es gibt überhaupt nur Mitleid, bin ich da raus. Meine Mom hat mir heute seit 4 und Rubin für Game & Launch auf den Flümmack gekauft. Boah, du bist so ein Sack, Alter. Obwohl, ich werde, äh... Ich spiele auch kein Pokémon und dann laufen zu viele Peaches rum. Ja, die laufen ja auch und verpüren sich. Ne, ähm... Ich werde bald, äh... Pokémon Smaragd spielen. Let's play. Oder erst, äh, Mystery Dungeon. Also muss ich noch abstimmen auf Twitter. Oder hier im Stream. Mal sehen. Dann spiele ich das auch im Stream, ne? Hm. Wie war es da? Willst du geteilt worden werden? Ja. Keine Features verleidigen. Denn so fühle ich mich halt eben dann gemobbt, ja. Denn Peaches ist mein Ein und Alles. Und wer jetzt beleidigt, der wird geköpft. Nein. Aber naja. Ja, ich werde es markt. Wahrscheinlich das Plane. Oder... Oder müsste ich Dungeon. Ich weiß es nicht. Ich werde es halt abstimmen. Denn das kommt nach, äh... Mario und ich will sowas dazu sagen. Und ich sag jetzt schon mal so. Wir sind schon mal... Ja, okay. Nicht zum Ende. Aber ich glaube, ich habe schon mal die Hälfte geschafft vom Spiel. Und deshalb kann man das ja... Leben schon mal, ne? Ja, la 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 la. Ja, la 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 la. La 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 la. Warum es stimmt da aber nicht? Der stimmt von langsam. Der stimmt langsam. Seit wann tut man Wasser mähen? Keine Ahnung. Ach, so ein Hurensohn. So. Mein erstes Problem war, Popmon, Mystery Dungeon, Erkundungsteam, Side. So eine geile Story. Ich, äh... Ich sag's mal so. Es ist kein Spoiler. Eigentlich müsste eigentlich kein Spoiler sein. Ich habe Popmon... Ähm... Mystery Dun... Das wäre ich angeschrieben. Toll. Von wem wäre ich angeschrieben? Ne? Mango. I love you. So. So, ähm... Ähm... Ne, 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 ne. Mit? Vor zwei Jahren auf den Handy Popmon gespielt. Das war so... Bei mir ist der, oder? Ein Mann... Erkundungen. Wo ist der? Ne, ne? Ne? Der... 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 äh, was ich jetzt sagen wollte ihr seid schwul, nein ähm, ja es ist jetzt kein Spoiler oder so sondern, äh, ich habe Mystery Dungeon äh was habe ich gespielt? Mystery Dungeon Erkundus Team Blau oder? Ja, Erkundus Team Blau und dort habe ich am Ende, wenn man mit der Story durch war den, äh, bei den Credits hat er den DS ausgemacht und ich wusste nicht, dass er erst nach den Credits speichert und ich habe mich so abgefuckt und nicht gewusst, dass man da halt eben, wie bei jedem Popmarspieler eben weiterspielen kann, das wusste ich da früher nicht ja, da habe ich mich abgefuckt, wo ich es rausgefunden habe, dass es doch, äh dass es danach man doch mal weiterspielen kann mhm mhm, mhm, mhm meines Popmarspieler gab es die Devil Agression, meines war die Blaue boah, äh, wenn ich die Gefühle da nachempfinde, oah so schöne Zeiten waren das früher, wo man Popmars erst mal gespielt hat oh man, ich werde das nie vergessen wie soll man das auch vergessen? äh, ich bin mal weh bei, bei, äh, BB okay, bis zum Beispiel wenn du wehst, habe ich jetzt Zeit für den Timeout, baumie oh oh ja, toll, der, der frisst sich da halt eben dann durch mhm, mhm, mhm mhm, mhm, mhm mhm, 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 mhm Ali, ich hasse diese Säcke, älter Lamm, bamm, bamm. Delfins wollen wir auch zwölf Uhr, ja. So. Oh, ein Diamant. Geil. Dam, bam, bam, bada-dam. Dam, dam, dam. So. So, äh, Nakula wird failen. Ich werde nicht failen. Ich fiel das Film, glaub ich, ist auch irgendwie Dierke vorfinden einmal Zombie und der, äh, der fingt Zombie und jetzt eine ganze Weile. Ja. Sperre es einfach auf dem Backbord. Ach ja. Ihr warst selbst an, ich hab in Pop-Man noch nie an Willis Pichu gesehen. Die Filme auch nicht wild, die kann man in den neuen, äh, in den eigenen Versionen kann man die nur züchten. Und in der Neueren findet man die irgendwo in ganz seltenen Orten, also Features recht selten. Ist so richtig, richtiger Boy ist das. Ähm. 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 Hm, 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 hm. Für die Probe in Provence. Keine Ahnung, ich hab's noch nie gespielt. Soll ein Jubiläum nicht recht cool sein, aber mja. Deswegen auch irgendwie mal an- 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 das Pl- ja Anspielen. Let's Play. Mal gucken. La 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 la. Ähm. Mh hm 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 hm. Ja, es geht sehr ab da oben. Ah, das überleben wir. Locker. Das macht Sinn. Wisst ihr, wie lange ich diese Petra gesucht habe? Zu lang. Jo, jetzt geht es gleich zum Mini-Boss-Battle-Ding. Hallo, wir haben von deiner Pool-Party gehört. Finden wir lustig. Wir kommen rüber. Herzlichst, die Zombies. Rage. Jetzt geht es los. Hui. Nee, du kommst hier nicht durch. Aber auch du deine Sub-Smileys, ey. Oh, eine E-Mail. Wolfi-Moon-LP, jetzt ist kein Video-Channel. Oh, danke, Wolfi-Moon-LP. Wie auch immer das ist. Danke sehr. Ich bin's. Oh, okay. BAM 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 Nur weil du keine hast? Ja, ich hab noch keine. Weil ich mein Geld spare für Overwatch. Und generell nicht mit Paypal. Dass man mich mache. Dieses... This is quite... Streaming? Was ist Streaming? Ja, Streaming ist ja, wenn man den, äh... Wenn man den, äh... Glasreiniger falsch, äh... Frommo, äh, putzt. Dann macht. Dann macht's das Streaming. Streaming. Mit dem-düm-düm-düm-düm-düm-düm... Verdammt... ... ... ... ... um und umdrehen von bahn hat mir gerade den chat durchgelesen irgendwie sind wir alle schon ein bisschen behindert warum denn nicht so eine schöne community wenn alle behindert sind kommt die röder da 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 droger ok diese hassen pendel sind supergut Fucking Nr. 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 Ein hiesiger Kommile. Wer denn jetzt? Dambadam. Ich glaube, ich habe es in mehr als eine Stunde sogar schon aufgenommen. Darn. 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 Oh, tu mir leid. Alter mein Hals. Oh man, oh man. Oh, ich hab das, wenn man niest und Halsschmerzen hat. Verdammt. Das stimmt. Das stimmt ein. Verdammt. Oh, danke. Oh, Alter. So, ich war grad für 5 Minuten Opa, tut mir leid. Bin grad kurz auf 80 gealtert. Jetzt brennt mein Hals wie... als hätte ich Kohle geschnuppt. Hm, lecker. Aber Kohle mit Fetttropfchen drin. Frisch vom Bauchspeck oder sowas. Und wie wir die Geld droppen, die Sänger, ne. Drop the base. Hm, 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 hm. Die Erbsen sind stark. Ja, mit Feuer sind die ganz stark. Letzte Welle. So. Jetzt haben wir einen neuen Pils. Krank sein ist Kacke. War vor einem oder zwei Wochen krank. Ja, ich bin jetzt auf einmal krank. Was auf Lande, die über kurzem Fett und Spuren verschießt. Hm, 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 hm. Jetzt nicht sofort das nächste wieder will, sondern... Ich hör das auch. Früher hat man mich nie mit, man. Weißt du. Weil ich mich immer in die Versteckte und dann die Leute erstreckt hab. Ach, das waren nur Seiten. Hm, hm, hm. So. Hauptmenü. Und... Verdammt. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche. Äh, in der nächsten Woche. In der nächsten Folge von... Oder in der nächsten Aufnahmesession von... Flachen vs. Zombies, weil ich hier gleich sterbe. Oh, Mann, Alter. Und ja, wir sehen uns dann. Bis dann. Mal sehen, wie weit wir dann kommen. Ne?